also leute ich wollte euch erzählen mein mann hat mir ein personal cinematographisch video fashion video clip geschenkt was das ist weiß ich nicht ich habe gedacht für mich warum das ist für junge leute das ist für schlanke leute und ich bin schon eine mama ich bin fast 50 ich habe meine kilos ich personal fashion clip aber wisst ihr was ich werde mich überraschen lassen ich werde damit machen ich will es an alle zeigen ich will es posten das ist wow toll ich will dass jeder das sieht unglaublich ich finde wow toll toll so Untertitelung des ZDF, 2020